Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns 12 Add-ons an, welche ihr gut für den Start von Wrath of the Lich King gebrauchen könnt. Das Video richtet sich vor allem an Anfänger oder Wiedereinsteiger, wobei vermutlich auch das ein oder andere Add-on für Veteranen dabei sein könnte. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Bevor wir jetzt allerdings mit dem Video starten, stellen wir euch noch den Sponsor des heutigen Videos vor. Opera GX, der Browser für Gamer. Mit dem GX-Control könnt ihr einstellen, wie viel RAM- und CPU-Leistung der Browser nutzen darf, damit ihr leckfrei spielen könnt und gleichzeitig noch Musik hören oder ein Video anschauen könnt. Schließt auf einen Klick alle unnötigen, RAM-fressenden Tabs. Zudem könnt ihr mit dem Network-Limiter genau einstellen, wie viel Bandbreite Opera GX nutzen darf. Die Sidebar gibt euch Instant-Zugriff auf alle Social-Media-Kanäle. Somit könnt ihr eure Erfolge direkt auf Instagram, WhatsApp oder Twitter teilen. Zusätzlich bietet Opera GX auch eine direkte Integration von Twitch und Discord sowie eurer Lieblings-Music-Streaming-Seite, sei es Spotify, Apple Music oder Deezer. Individualisiert Opera GX, wie es euch gefällt. Im Hell- oder Dunkelmodus mit eigenem Hintergrundbild und Akzenten in allen gängigen Farben. Und das Beste, mit GX Mobile könnt ihr Opera GX sogar auf eurem Handy benutzen. Einfach verknüpfen und loslegen. Den Link zu Opera GX findet ihr wie immer in der Beschreibung. Zuerst erklären wir euch aber in wenigen Schritten noch, wie ihr euch ganz einfach Addons runterladen könnt und diese installiert. Für die Leute, die das schon wissen, springt einfach in der Gliederung direkt zum ersten Addon. Für die anderen ladet euch das Programm Curseforge runter. Mit diesem könnt ihr ganz einfach via Knopfdruck Addons runterladen, installieren, aktualisieren oder auch entfernen. Wählt einfach das installierte Spiel, dieses erkennt Curseforge automatisch. Anschließend seht ihr auch direkt schon installierte Addons. Nun klickt ihr auf mehr Addons holen, tippt hier einfach den Namen des gewünschten Addons ein und klickt anschließend auf Installieren. Das war es dann auch schon. Mehr müsst ihr eigentlich nicht beachten. Solltet ihr während dem Spiel Addons installieren, vergesst nicht einmal Slash Reload einzugeben. Zum Deinstallieren klickt ihr einfach auf das jeweilige Addon mit der rechten Maustaste und klickt dann auf Addon löschen. Solltet Curseforge auf Englisch eingestellt sein und ihr wollt die Sprache auf Deutsch stellen, dann klickt unten links im Eck auf das Zahnrad und anschließend auf Languages. Wählt nun Deutsch aus und schon ist die Oberfläche, wie eingestellt eben, auf Deutsch. Leatrix Plus ist das Schweizer Taschenmesser unter den Addons und gehört bei uns zur Grundausstattung. Mit diesem Addon könnt ihr dutzende Quality of Life Änderungen einstellen. Gehen wir aber einfach mal die wichtigsten Dinge durch. Um das Menü zu öffnen, gebt ihr ganz einfach den Befehl Slash LTP ein. Im Reiter Auto könnt ihr nun einstellen, dass zum Beispiel graue Items automatisch verkauft werden und ihr diese nicht einzeln verscherbeln müsst. Automatisch reparieren? Repariert, wie der Name sagt, euer komplettes Equipment, sobald ihr mit einem Händler spricht. Zudem gibt es noch Optionen, dass Beschwören oder Wiederbelebungen sofort angenommen werden und ihr euch den Klick auf Annehmen sparen könnt. Dasselbe gilt für die automatische Questannahme oder dem Freilassen des Geistes im PvP. Unter Kontakte könnt ihr zum Beispiel jegliche Duelle anfragen, automatisch blockieren oder das Einladen via Flüstern erlauben. Letzteres kommt vor allem Raidleitern zugute. Wenn aktualisiert, wird jeder eingeladen, der euch zum Beispiel mit Inf anschreibt. Unter Chat gibt es Dinge wie zum Beispiel Klassenfarben. Dadurch werden euch im Chat jegliche Spieler, die was schreiben, in ihrer Klassenfarbe angezeigt. Im Reiter Text könnt ihr unter anderem via Fehlermeldung verstecken, nervige, sich wiederholende Textmeldungen wie zum Beispiel nicht genügend Wut oder nicht genügend Energie deaktivieren. Unter Interface gibt es einige extrem brauchbare Optionen. Hier könnt ihr zum Beispiel die Minimap erweitern und ganz einfach die Größe verstellen. Außerdem ist es möglich, die nervigen zwei Zoom-Buttons zu entfernen, die vermutlich sowieso niemand benötigt und die nur im Weg umgehen. Die Minimap kann ebenfalls ganz einfach via Klick auf Square Minimap viereckig dargestellt werden. Via Combine Add-on-Buttons verschwinden alle Add-on-Zeichen auf der Minimap. Diese könnt ihr allerdings ganz einfach via Rechtsklick anzeigen lassen. Zurück im Interface-Reiter könnt ihr das Quest-Fenster erweitern, sodass es größer dargestellt wird. Dasselbe gilt für das Berufs- und Klassenlehrer-Fenster. Dadurch habt ihr einen deutlich besseren Überblick. Ihr könnt außerdem einen Haken setzen, sodass im Charaktermenü ein Lautstärkeregler sowie eine Option zum Anzeigen für Helm und Umhang erscheint. Zusätzlich könnt ihr hier noch einen Haken bei Zeige WoW Head Links setzen, der über jeder Quest direkt den Link zu WoW Head anzeigt. Diesen könnt ihr dann ganz einfach via Steuerung C kopieren und in eurem Browser einfügen. Mit Show Flight Times wird euch die exakte Dauer angezeigt, welche ihr bis zum Laden von Flugpunkt zu Flugpunkt braucht. Weiter geht's im Reiter Fenster. Hier könnt ihr, wie der Name schon sagt, die Größe und den Ort diverser Fenster anpassen. Mit Fenster verwalten verschiebt ihr zum Beispiel ganz einfach euer Porträt sowie das eures Ziels. Ihr könnt dabei auch die Größe anpassen. Dasselbe gilt hierbei unter anderem für die Buffs oder diverse Widgets wie die Punkteanzeige in Schlachtfeldern. Mit Greifenpaar verstecken könnt ihr das Greifenpaar, welches sich links und rechts von eurer Leiste befindet, entfernen. Im letzten Reitersystem könnt ihr unter anderem den maximalen Kamerasoom entfernen. Anschließend könnt ihr deutlich weiter aus eurem Charakter zoomen. Absteigen ermöglicht es euch, direkt nach dem Drücken einer Fähigkeit von eurem Reitier zu springen. Auch wenn ihr nicht genügend Mana, Wut oder Energie habt oder einen Flugmeister ansprechen müsst. Schaut euch das Ganze einfach mal in Ruhe durch und testet die Optionen. Kaputt machen könnt ihr dabei nichts. Bei Leatrix Maps habt ihr ebenfalls so manche starke Einstellung. So wird eure Karte etwas kompakter, allgemein aufgedeckt, wobei der Nebel noch angezeigt wird. Ihr habt Koordinaten und eine Anzeige für eine Levelempfehlung für das jeweilige Gebiet. Ihr könnt es zudem so einstellen, dass die Map transparent wird, wenn ihr lauft. Außerdem könnt ihr euch die Instanzeingänge anzeigen lassen, sowie deren Mindestlevel und dem empfohlenen Level. Das ist zum Beispiel im Auchindu nützlich, da dort in jeder Himmelsrichtung eine Instanz auf euch wartet. Solltet ihr zudem das Addon Questy benutzen, könnt ihr es ganz einfach oben rechts im Eck aktivieren, bzw. deaktivieren. So habt ihr nicht dauerhaft die Karte vollgemüllt, obwohl ihr momentan gar keine Lust auf Questen habt. Mit Bagnon könnt ihr ganz einfach alle eure Taschen zu einer großen vereinen und vor allem Ausrüstungsgegenstände, grauen Schrott oder auch Questgegenstände farblich hervorheben lassen. Im Einstellungsmenü, welches ihr via dem Klick oben rechts auf das Zahnrad öffnen könnt, könnt ihr nun einige optische Veränderungen vornehmen. So ist es möglich, eure Bank zu einem großen übersichtlichen Fenster zu fusionieren, anstatt dass ihr jede Tasche einzeln aufmachen müsst. Oben links im Eck könnt ihr außerdem auf das Inventar eurer anderen Charaktere einblicken. Wählt ihr einfach den Charakternamen und schon seht ihr die Items des besagten Twinks. Mit einem Klick auf Click-to-Clean-Items werden alle Gegenstände nach ihrem Typen sortiert. Auch wenn es blöd klingt, ist Questy auch in Wrath of the Lich King ein extrem starkes Addon. Vor allem, wenn man es in Kombination mit dem vorher genannten Addon Leatrix Maps verwendet. Questy zeigt euch hier über alle Quests an, welche ihr annehmen könnt, sowie wo ihr benötigte Questgegner oder auch Items finden könnt. Solltet ihr es nicht benötigen, könnt ihr es wie vorhin erwähnt ganz einfach via Klick oben rechts in der Karte auf Verstecke Questy deaktivieren. Mit Slash Questy könnt ihr zusätzlich noch diverse Einstellungen vornehmen. Standardmäßig teilt das Addon in eurem Gruppenchat mit, wenn ihr zum Beispiel einen benötigten Questgegenstand findet oder das Questziel erfüllt habt. Das könnt ihr aber auch ganz einfach deaktivieren oder sogar noch erweitern. Mit Atlas Loot könnt ihr alle Instanzen und Schlachtzüge, Berufe, Fraktionen, sowie PvP-Items und Händler durchforsten. So wisst ihr immer, was der aktuelle Boss droppen kann. Oben rechts könnt ihr zudem ganz einfach die heroische Variante auswählen. Solltet ihr eine Klasse spielen, mit der ihr Entfluchen, Entgiften, Krankheiten bzw. Magie entfernen könnt und ihr habt das Ganze noch nicht anderweitig in eurem UI verbaut, könnt ihr das ganz einfach mit Decursive machen. Hierbei wird pro Mitspieler ein transparenter Punkt angezeigt. Sollte jemand von euren Mitspielern nun einen Debuff auf sich haben, welchen man entfernen kann, wird das direkt farblich hinterlegt. Ihr könnt das Fenster ganz einfach bewegen, indem ihr auf den kleinen Punkt mit gedrückter Alt-Taste drückt und es dann verschiebt. Sollte sich instabiles Gebrechen auf dem Ziel befinden, bekommt ihr eine Warnung angezeigt. Mit dem Befehl Slash Decursive könnt ihr zudem noch diverse weitere Einstellungen, wie zum Beispiel die Tasten zum Reinigen oder auch die Optik des Addons anpassen. Wie auch schon in der Burning Crusade üblich, werden vermutlich einige Pucks zusammenkommen. Spätestens ab dem Punkt, an dem der Discord-Server gepostet wird, muss man diesen Müse legendisch abtippen. Mit dem Add- und Klicklinks werden die Links im Chat hervorgehoben und ihr müsst diesen nur einmal anklicken. Das erledigt, erscheint ein weiteres Fenster, aus dem ihr dann ganz einfach den Link mit Copy und Paste aus eurem Spiel in die Zwischenablage bekommt. Mit Threadplates verändern sich die Namensplaketten der gegnerischen Ziele. Hier könnt ihr als Tank optisch ganz einfach feststellen, ob euch das Ziel angreift und ihr somit die Aggro habt oder ob euch eins der Monster ausgebrochen ist. Einer der weiteren Vorteile ist, dass euch die Namensplaketten nur im Kampf angezeigt werden. Anschließend verschwinden diese wieder. Allerdings seht ihr auch als TD, welche eure Debuffs sich auf dem Ziel befinden. Mit dem Befehl Slash TP TP kann hier noch einiges individualisiert werden. Atlas Quest ist das Add-on für Dungeon Quests. Mit diesem seht ihr ganz einfach alle Dungeon Quests für alle Wrath of the Lich King Instanzen. Klickt dazu einfach auf das Add-on Atlas. Nun könnt ihr im oberen Bereich den gewünschten Dungeon auswählen und seht auf der linken Seite, welche Quests es dafür gibt. Hier könnt ihr dort schauen, wo genau die Quest startet, ob eine Vorquest benötigt wird, was die Minimalstufe zum Annehmen ist, sowie welche Belohnung euch die Quest gewährt. Mit einem Klick auf abgeschlossen könnt ihr die Quest als erledigt markieren. Um Atlas Quest nutzen zu können, benötigt ihr als Basis-Add-on Atlas sowie Atlas Wrath of the Lich King. Diese könnt ihr ebenfalls ganz einfach via Cursewatch runterladen. Wir verlinken euch die Namen aber natürlich noch einmal in der Beschreibung. Mit dem kleinen, aber feinen Add-on What's Training seht ihr sofort auf einen Blick, welche neue Fähigkeiten euch mit der nächsten Stufe erwarten. Öffnet dazu einfach euer Zauberbuch und klickt auf das Symbol ganz unten. Nun seht ihr jegliche Fähigkeiten, die euch mit den nächsten Stufenaufstiegen erwarten. So könnt ihr entscheiden, ob es sich lohnt, den Weg in die nächste Hauptstadt anzutreten, um den Lehrer zu besuchen. Spell Activation Overlay bietet euch für jede Klasse eine optische Darstellung, wenn ein Talent oder Zauber prockt. Dadurch seht ihr direkt, wenn ihr zum Beispiel als Druide, dank Omen der Klarsicht, einen Freizauber habt, als Magier via Kampfesitze zwei unregelmäßige kritische Zaubertreffer in Folge hattet und somit eurem Pyroschlag ein Spontanzauber wird. Oder auch als Schamane euer Talent Waffe des Mahlstroms prockt, sodass ihr einen sofortigen Blitzschlag bzw. Kettenblitzschlag rausknallen könnt. Das waren jetzt natürlich nur Beispiele. Die meisten Klassen profitieren aber von dem Add-on. Wir verlinken euch die Seite, welche ihr im Hintergrund seht, ebenfalls in der Beschreibung. Dadurch könnt ihr in Ruhe schauen, ob sich das Add-on für euch lohnt. Doom Cooldown Pulse ist ebenfalls ein extrem schlankes Add-on, bei dem ihr überhaupt nichts einstellen müsst. Einmal installiert, zeigt es euch, wie ihr optisch im Aufblinken in der Mitte, wenn eure Cooldowns wieder bereit sind. Dadurch werdet ihr kurz und schmerzlos darauf hingewiesen, wenn eure Fähigkeiten mit längeren Abklingzeiten wieder verwendbar sind. Als Bonus möchten wir euch noch im Schnelldurchlauf zwei weitere Add-ons vorstellen. Mit Deadly Boss Modes habt ihr ein Add-on, welches ihr spätestens ab eurem ersten Raid installiert haben solltet. Dieses wahrt euch zum Beispiel vor speziellen Bossmechaniken oder zeigt euch an, welche Fähigkeit gerade für Boss aktiv ist. Mit Slash-DBM könnt ihr jegliche Felder anders positionieren und anpassen. Weak Outer ist eines der mächtigsten Add-ons, die es gibt, welches allerdings für komplett Neueinsteiger im ersten Moment etwas überfordernd wirken kann. Das Add-on ist die Schnittstelle, um individuell ganz spezielle Anzeigen, Warnungen oder andere Bildschirmanzeigen zu bauen. Ihr könnt damit zum Beispiel eine Week Outer erstellen, welche jedes Mal, wenn euer Schmuckstück-Proc euch ein Bild anzeigt. Damit werdet ihr sofort visuell darauf hingewiesen und könnt schnell agieren. Schaut euch beide Add-ons spätestens dann einmal an, wenn ihr die Maximalstufe erreicht habt, vor allem Deadly Boss Boats. Solltet ihr bei einem der Add-ons Hilfe benötigen, dann schreibt uns einfach einen Kommentar unter das Video. Wir versuchen dann so gut es geht, bei Problemen zu helfen. Außerdem vielen herzlichen Dank an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns damit supporten. Link gibt es in der Beschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.